Warum du als Immobilienmakler Videomarketing nutzen solltest? Ganz einfach. Neukundenerquise. Was ist das Wichtigste bei der Neukundenerquise? Richtig, der Vertrauensaufbau. Und jetzt stell dir mal vor, dein Lieblingsinfluencer, dem du schon seit Jahren folgst, mit dem du ein richtiges Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, er kennt dich nicht, aber du kennst ihn. Und jetzt macht er dir einen Geschäftsvorschlag. Kannst du dem noch widerstehen?